Hallo zusammen, begrüße euch zum nächsten Trailer am 9.12.2020. Ist wieder der Hauptfilm ein bisschen länger geworden als geplant. Allerdings schneiden ja da dauernd auch neue Informationen rein, die ich euch präsentieren möchte. Aber das Haupttopic wird sein, ob tatsächlich mehr Menschen sterben, starben. Ich sage nein, es gibt keine Übersterblichkeit. Und wer sich es dann anschauen möchte, sehr gerne bei VK, bei Bichu, die sich den Trailer bei WegnusTV aufrufen. Den entsprechenden Link kopieren ab in die Browserzeile und dann sehen wir uns ja hoffentlich und hören uns gleich wieder. Tschüss, macht's gut.